Wir werden uns heute die größten Änderungen in FIFA 23 anschauen. Rashford, das ist krank, der geht hier 4 runter, fettes Downgrade auf jeden Fall. Bellingham für Dortmund, der geht hoch. 84er Stärke plus 5. Cancelo, der ist krank gut, ne? 88er. Ich glaube sogar der wertvollste Verteidiger so ziemlich auf der Position, ne? Zumindest in FIFA, was ich gesehen hatte. Musiala, das war klar. Ich muss ehrlich sagen, also ich weiß nicht, wie viele so von euch sehen. Ich finde die 81 noch schon zu schlecht. Rüdiger Chelsea geht auf 87, Alter. Wow, das ist krank. Das ist richtig krank. Wir sehen Schlotterbeck mit 72 bei Freiburg und inzwischen hat er eine 82 bei Dortmund. Absolut krank, auch völlig verdient. Während Hummels ist natürlich auch schon ein bisschen älter, eine minus 2 bekommt. Dann haben wir einmal Gabi, natürlich eine richtig kranke Saison gespielt. 79, absolut krankes Jugendtalent, habe ich auch schon sehr, sehr oft von gehört. Messi, okay, jetzt wird es spannend. 93 im letzten FIFA? Ich sage jetzt, ich denke 91 oder so, ne? Ja, tatsächlich. Folgt mir gerne für mehr Videos.